Be confident, Baby. Ich? Ich hab mal keine Fehler. Wenn du mal ein Problem hast, dann ist das doch mal deine und nicht meine Problem. Das sagt meine kroatische Mutter, wenn man ihr sagt, äh, Mama, du hast aber auch Fehler. Man weiß dann für einen kurzen Moment nicht, wie man darauf reagieren soll. Wenn einem dann was einfällt, kann man es leider nicht mehr sagen, weil sie wie auf einem Catwalk die Szene verlassen hat. Das Selbstbewusstsein meiner Mutter hat einen Namen. Es heißt, ah, das ist doch mal mir scheiße egal, Selbstbewusstsein. Die Meinung anderer juckt sie nicht. Sie achtet natürlich darauf, niemandem wehzutun und auch niemandem auf die Füße zu treten, aber sie findet, sie ist ausgesprochen gut gelungen. Ein Wunderwerk der Natur. Und weil das so ist, kann sie unmöglich fehlerhaft sein, das wäre ja völlig unlogisch. Und deswegen wird sie sich niemals von anderen Menschen niedermachen lassen. In 100 Jahren nicht. Meine Mutter rechtfertigt sich nicht für sich selbst oder das, was sie tut. Sie entschuldigt sich auch nicht. Oder höchstens dann, wenn sie wirklich jemandem unabsichtlich wehgetan hat, aber ganz bestimmt nicht dafür, dass sie isst, wie sie ist und das tut, was sie für richtig hält. Am unlogischsten findet meine Mutter es, sich bei meinem Vater zu entschuldigen. Sie ist der Meinung, dass man bei keinem Mann dieser Welt jemals Schwäche zeigen sollte. Es sei denn, es brennt. Und sie möchte aus dem Haus getragen werden. Dann ja. Aber auch nur dann. Mein Vater sagt, Die Ehe mit deiner Mutter ist mal schlimmer als der Krieg. In der Krieg weißt du mal wenigstens, von welcher Seite der Feind kommt. Und meine Mutter meint dazu, Dann hab ich mal alles richtig gemacht. Dann gibt's noch den Standardsatz meiner Mutter. Für alles und jeden. Kann ich sie auch mal verklagen? Selbst ihren Familienangehörigen droht sie damit. Und obwohl wir wissen, dass wir nicht in den USA sind und hier niemand so einfach verklagt werden kann, legt sich lieber keiner mit ihr an.